Willkommen bei der Australien Reiseroute bei www.gothraia.de und www.einmal-australien.de Wir sind hier auf dem Tanami-Dreck von Alice Springs nach Holst Creek mit Zwischenstopp im Wolf Creek Radar und in den Bangle Bangles. Das Wetter ist leider nicht so schön. Wir haben ungefähr 800 bis 900 Kilometer Travel Road zu fahren. Aber wir machen das Beste draus. Wir haben Allrad und kommen da gut durch. Ich will euch mal ein bisschen die Gegend hier zeigen, weil die ist wunderschön. Viele die hier Urlaub machen, die fahren ja die Abkürzung von Alice Springs nach Holst Creek über den Tanami-Dreck, sondern fahren dann außer rum, weil sie kein Allrad haben oder weil es schon eine Piste ist mit vielen Typen. Also man sollte das nur fahren, wenn man wirklich Allrad erfahren hat und ein bisschen mechanisch drauf hat, auch Elektrik oder so, geht öfters mal was kaputt. Man muss das also selbst reparieren können, vor allem ich bin hier allein unterwegs. Und das nur für euch, damit ihr eine coole und einfache Australien Reiseroute euch selbst zusammenstellen könnt, die so wie sie bei uns ist sowieso einzigartig ist und ist kostenlos. Umso mehr würde es mich freuen, wenn ihr gerade diese Reiserouten, diese Infos teilen würdet und liken würdet, weil es ist ja doch schon ein Haufen Arbeit und für euch ist das ja wie gesagt absolut kostenlos. Hier nochmal ein kleiner Rund. Es sieht schwer nach Regen aus. Ja, das ist unser Land Cruiser. Also ist ein Pop-Top, man kann das aufklappen. Ja, optimal für unterwegs schnell anzuhalten und zum Schlafen und zum Essen. Hier ist noch ein Grill mit drin und gleich ins Waschbecken. Und wie gesagt, würde mich freuen, persönlich, wenn ihr die Reiseroute liked und teilt. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.